Das Haus für die Quarantäne, das ist fix, das ist offiziell beschlossene Sache. Allerdings ist bei weitem noch nicht jede einzelne Frage da geklärt. Wenn es eben am Montag, dem 1. August so kommt, wie es kommen sollte, dann gibt es eben noch viele offene Fragen, zum Beispiel auch was die Lehrer und Lehrerinnen betrifft. Denn nach jetzigen Standort werden rund 100.000 Personen von diesen Aus der Quarantäne betroffen und darunter befinden sich auch mit Sicherheit sehr viele Lehrer und sehr viele Lehrerinnen. Paul Kimberger, das ist der oberste Lehrervertreter in Österreich und der hat schon kritisch angemerkt, dass er nicht genau wisse und auch alle Lehrer und Lehrerinnen nicht, wie es dann weitergeht bezüglich Maske zum Beispiel. Denn da hat auch Gesundheitsminister Johannes Rauch sich seiner eigenen Verordnung auch widersprochen. Also da herrscht auf jeden Fall keine Klarheit. Außerdem und das wird sogar noch heftiger von Kimberger kritisiert, ist es auch so, dass Schüler, die potenziell auch einem Risiko ausgesetzt sind durch die infizierten Lehrer, die ja dann symptomlos arbeiten gehen können, natürlich auch eine gewisse Gefahr haben und dieser Gefahr ausgesetzt sind. Es gibt noch viele Unklarheiten, die auch ziemlich scharf kritisiert werden. Unter anderem auch von der Wiener Bildungsdirektion wird das kritisiert. Die hat nämlich auch sinngemäß gemeint, dass es absolut nicht klar ist, wie Kindergartenkinder, aber auch Volksschulkinder nun konkret mit ihm umgehen könnten, dass eben ein Lehrer sie unterrichtet, der gerade mit dem Coronavirus infiziert ist. Weitere Kritik, das wird die allerwenigsten nun überraschen, kommt auch weiterhin von Wiens Gesundheitsstadtrat und zwar von Peter Hacker. Der hat nicht nur kritisiert, dass uns durch die Maßnahmen die Zahlen um die Ohren fliegen werden ab September und generell das gesamte Theater wieder im Herbst losgeht, sondern eben auch die ganze Tatsache rund um die Schulen, rund um die Volksschulen, rund um die Kindergärten. Es wird also spannend zu sehen sein, wann Gesundheit und Sozialminister Johannes Rauch weitere Antworten gibt. Auf jeden Fall wird sich das die nächsten Tage, vielleicht auch erst die nächsten Wochen weisen.